Die Provinz Limburg fördert das Projekt Success for Bioactives, welches mehr Wissen über bioaktive Substanzen in Obst und Gemüse sammeln möchte. Dies geht auf eine Initiative des Brightlands Campus Greenport Fenlo zurück. Forschungsgruppen und Firmen arbeiten hier gemeinsam. Unternehmen aus dem Limburgischen Gartenbausektor können sich an der Forschung und Produktentwicklung beteiligen. Bioaktive Substanzen wie Koffein und bestimmte Arten von Antioxidantien haben positive Gesundheitseffekte. Man erhofft sich von neuen Erkenntnissen, dass diese zu gesünderen Produkten und neuen Erlösmodellen für den Gartenbau führen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.